Also nicht vergessen, die Uhr eine Stunde was zu stellen? Vor oder zurück? Eben, das ist genau das. Wenn man es weiß, ist es gut. Ich würde es nicht an dem Tag machen, weil es oft ein Sonntag ist, sondern am nächsten Arbeitstag mittendrin einfach zwei Stunden Mittagspause machen. Umdrehen und nochmal von vorne anfangen. Das ist ein Gefühl billiger Macht. Oder morgens direkt vorm Aufstehen. Oder ins Büro kommen, feststellen, zurückdrehen, rausgehen, in den Wagen setzen, wieder wegfahren. So was finde ich gut. Um diese Stunde zu nehmen, zu kneten, zu nutzen. Nachts um drei nützt mir die gar nichts.